Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge L22 auf der Hof Bergmann Zoo. Und wir machen dort weiter wo wir aufgehört haben. Beim Fliegen, an dem hab ich gespeichert. Wir haben das Feld nämlich fast geschafft. Letztes Mal irgendwie hatte ich meine Gedanken nie ganz zusammen. Das hängt aber so ein bisschen an, dass Privata bei mir was bissl mich sehr beschäftigt hat. Und da war ich nie ganz so bei der Sache. Da hab ich wahrscheinlich im Unterbewusstsein gedacht, ich hab schon gespeichert. Schlag-Spiel beenden. Und da war der Speichel halt NICHT der Fall. Weil ich eben gedacht hab ich hab's gemacht. Oder ich hab gedacht, ich hab gespeichert mit dem Spiel Bänden geklingen gegangen. Weil ich wieder die Sache überlesen kann ist klar im Vorteil. Ich hab's in dem Fall irgendwie nicht richtig gelesen. Und einfach irgendwo drauf geklingelt was der falsche Button war. Aber es ist manchmal wie es ist. Kann man nix machen, muss die gucken zu. Ich hab's aber auch schon fort wieder beim Spielstart mitbekommen. Bei der gestrischen Aufnahme. Und da muss man halt durch und das nochmal machen. Hätt ich's vorher vorher vor der Aufnahme geklickt. Hätte ich ein Stück weiter schon mal gefühlt wieder. Um halbwegs den Levelstand hinzukriegen wie ich's vorher hatte. Aber ich hab's ja schon mitgekriegt wo ich in der Aufnahme war. Und daher müssen wir durch. Also los wenn wir verschwemmen werden. Das ist einfach mal so. So zack. So zack. So. So wie die Option. So zack. So. So wie du sagst. Jetzt sind wir abgase. So würd ich sag. Vielen Dank. Vielen Dank. Will ich gerade YouTube Ärger oder wie sehe ich die Sache? Zum Slogan, einige Videos konnten nicht richtig angezeigt werden. Das sind zehn Sekunden nochmal. Schon wieder. YouTube machen mich nie alle. Einfach die Seite nochmal neu laden, gucken, ob es denn da sind. Es fehlt die Video, wo es hochgeladen ist. Ich werde mal ganz kurz hier auf die Autopilot stellen. Achtung, mal ganz kurz mal die Seite neu laden. So, gucken, ob es jetzt da ist oder eher nicht. Gut, es ist da. Hat mich wieder YouTube rumgesponnen. Websites gedankt. Die hatten wieder auf ihrer Seite ein bisschen Probleme mit irgendwas. Aber es ist manchmal, wie es ist. Jetzt sind die drinnen und der Kopfkürze raus. Jetzt sind die drinnen und der Kopfkürze raus. Dann gucken. Da komm! Den üblich mit. Den hochgekleckerten 6kph Formen. Das war's. Bis zum nächsten Mal. Ah, Katze ey. Geh mal ein paar. Ich glaube, die Katze mich so angesprungen hat, leider zu weit gefahren. Aber ich habe gedacht, dass die Katze sich so angesprungen haben. Ach Perzi, du hast es einfach am besten. Wenn du hier rumkommst, schmusen, wie du lustig bist. Langsamer rangehen an die Sache. Mal kurz die Straße bitte sperren. Ich glaube das BD5 rein irgendwie auch steil zu. Ich glaube das BD5 zu kämpfen hat. Oh, jetzt muss ich mal kurz umziehen Katze. Ihr vertiert mich ungemein, wenn du auf mir rumtanzt. Oh, jetzt muss ich mal kurz umziehen Katze. Jetzt kommen sie hoch hier. Bei so einem hochgezogen ist er schlaucht ganz schön. Bei so einem hochgezogen ist er schlaucht ganz schön. So, let's go. Weil er so mühselig geht schafft, das hat mir halt gut. Mit dem Feld. Wenn ich mein Ziel war. Aber wie gesagt, man steckt nicht drin. Ich spiele auf dem Feld. So, drehen. Ist auch am Strauercroß ein bisschen zu weit gehudelt hier auch. Die Stauercroß wird also sehr gut gedrückt. Es ist auch sehr genau zu weit. So, weiter geht's. Ihr seht hinten steil aus, da bin ich aber schneller hochgefahren. Ich schleife nie auf dem Boden. Hm, da ist es. Wir müssen ja sparen auf einem neuen Traktor. Hat noch eine Weile dauern. Ich werde da mal gucken, was mein Mehl in sowas macht. Aber das wird erst passieren, wenn ich hier soweit fertig bin. Wenn ich jetzt wegen dem Gucken jetzt hier wieder unterbreche erst. Aber nein. So. Schicken können wir los jetzt. Gucken wir jetzt mal in der Produktion rein. Wie viele die wir schon haben. Jetzt zur Produktion tappen tue ich nicht. Und ersparen wir jetzt schon mal. Produktion sind hier. Bissl was. Weintrauben haben wir ein bisschen was. Mühle da haben wir es. Aber auch schon 1000 Liter. 1000 Liter müssten ja eigentlich fast eine Palette sein. So. Let's go. Einklische Musik Ilze So. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Aber wir haben es fast geschafft, vielleicht noch zwei, drei Bahnen. Ich glaube, er ist gerade wieder mit den Helden tot. Wenn die Folge eher zu Ende sein sollte, mache ich die letzten Bahnen noch und dass man dann in der nächsten Folge wirklich anfangen kann mit Schweine sammeln. Das heißt, die Zeit muss sein, wenn ich noch weiter flüge, sonst habe ich die Nase voll vom Flügen. Sag mal so, es war noch nie meine Lieblingsbeschäftigung im LS, das wird es so denke ich mal nie werden. So. Jetzt werden wir immer hoch und immer runter und müssen was haben. rein theoretisch. Aber die Zeit haben halt nicht mehr so. Gehört haben sie immer am Ende der Folge angekommen. Wird mich von euch verabschieden, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao. Sagt euer Jaso. Tschüss. Was. Ich, wir closed bis hier. Wundersch, weil sie schien grabbed den Husten lastin. 추가ciendo beim Halten.